moin moin und herzlich willkommen zurück zu starfield ja wir sind hier auf hüller 2 der sieht aber krass aus was ist denn das für ein viech den will ich mir ansehen der sieht ein bisschen aus alter der ist ja cool aus moin was auf dem scanner den alter aromastoff hat es dass das ist ein krasses viech den fand ich jetzt cool den den musste ich mir ansehen aber okay wir gehen jetzt mal weiter wir wollen ja jetzt wissen was was jetzt mit dem pilger auf sich hat also ekels wissen füller 1a für das verbraucher 50 mal alle verfügbaren sauerstoffe muss ich da jetzt drüber schwimmen mikroben kontaminierung umgebung ich glaube weil das wasser giftig ist kann das sein die webeentzündung ich muss ganz schnell hier raus ganz schnell nein scheiße was okay das fand ich jetzt krass okay wie komme ich da hin da muss es doch irgendwo einen anderen weg geben ich glaube da hinten ist doch irgendwo andere Da muss es doch irgendwie einen Weg geben. Finde den Stachel des Skorpions auf. Hühler 2. Hier komme ich am besten dahin. Ich versuche mal nochmal auf diese Art. Mit etwas Glück schaffen wir das dieses Mal. Ja, dieses Mal können wir es schaffen. Ja, und wir haben es geschafft. Warte mal, wir haben hier jetzt so, bevorstehendes Wetter, Wetterwarnung, Achtung, gefährliche Witterungsfelder ziehen auf. Sofortschub suchen. Oh, warte mal. Entdeckte Orte 112, erkundete Orte 100. Vergangene Tage, 60 gestaffene Stunden, 37. Gewartete Stunden, 24. Gefundene Credits. Hatten wir schon anderthalb Millionen, okay. Mitgeführte maximale Credits, 607.554. Geplünderte Behälter, 460 will ich mal aufrunden. Gefundene Magazine, 11. Erfolgreiche Überzeugungen, 29. Erlittene Leiden, 19. Verzerrte Nahrung, 275. Gelesene Daten, Slays, 67. Abgeschlossene Skill-Herausforderungen, 26. Gesammelt Schneekugeln, 0. Schneekugeln kann man sammeln. Erkundung. Besuchte Systeme, 34. Gescannte Planeten, 27. Vollständig analysierte Planeten, 7. Auf Planeten gelandet, 48. Komplett gescannte Flora, 2. Komplett gescannte Fauna, 3. An Stationen angedockt, 29. An Schiffen angedockt, 40. Gescannte einzigartige Kreaturen, 22. Gefundene Tempel, 9. Schiff. Grafsprünge, 139. Weitester Grafsprung, 20. Registrierte Schiffe, 2. Maximale Schiffe im Besitz, 5. Teuerste Schiffe im Besitz, 398.375. Größte Schiffe im Besitz, 1.932. Größte Crew, 5. Angepasste Schiffe, 3. Ausgegebene Schiffsbilder-Credits, 640.449. Verkaufte Schiffe, 0. Lackierte Schiffe, 3. Gebaute Schiffsmodule, 234. Vermission. Erfüllte Quests, 96. Abgeschlossene Aktivitäten, 64. Abgeschlossene Hauptquests, 11. Abgeschlossene Crimson Feet Quests, 8. Abgeschlossene Freestyle Collective Quests, 12. Abgeschlossene Ryogen Industries Quests, 6. Abgeschlossene United Polonies Quests, 11. Abgeschlossene Nebenquests, 85. Kampf. Okay, Herstellung, brauche ich auch nicht verbrechen. Knackte Schlösser, 1.2. Die Taschendiebstähle, 0. Gestohlene Items, 78. Angriffe, 1. Morde, 0. Hausfriedensbrüche, 0. Anzahl Festnahmen, 3. Maximale beförderte Schmuggelware, 10. Mit Schmuggelware erwischt, zweimal Pirateriedelikte, 0. Gesamtlebenszeitkopfgeld, 2.495. Höchstenskopfgeld, 1.345. Okay. Interessant zu wissen. So, den müssen wir aber wahrscheinlich kaputt machen. Oh. Äh. Ich finde die Viecher irgendwie richtig krass. Davon gibt es sicher, da sehe ich schon noch zwei. Ähm. Ähm. Dass es dem der Preis egal ist. Ich finde das interessant, dass es dem egal ist. Ähm. Habe ich hier. Warte, ich benutze mal den hier. Und gehe da mal näher hin. Okay. Die tun mir nichts. Okay. Ich habe Fragen. Finde den Stachel des Skorpions auf Hila 2. Eh. Ähm. Glüfe. Lüfe. Vielen Dank. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe das Ding. Ich glaube, ich verstehe das Ding. Ich glaube, ich verstehe das Ding. Da passiert nichts. Okay, das muss schon mit dem da hinten zusammenhängen. Weil nur hier etwas passiert. Warte mal, wenn man das von hier anguckt. Dann glaube ich, hier ist das mit dem Sollsystem und so weiter. Dann muss man nach hier hin. So, wenn wir jetzt da schnell reisen. Ich will nicht nochmal durchs Wasser hier. Das Wasser war ein bisschen zu gefährlich für mich. Dann fliegen wir mal los. Ich hoffe, du hast deinen Auftrag genossen. Aber jetzt weg. Von hier oben sieht das so friedlich aus. So, wo muss ich hin? Oberum Freim. Oberum Freim? Oberum Freim? Nach da unten irgendwo? Nach hier hin? Oberum Freim? Sprung. Du weißt, dass mein Pocher über den Antrieb gebaut hat, oder? Wir sind da nicht. Ähm. Hüter Akilus schickt mich. Soll die wahre Bedeutung der Allheit herausfinden? Dann wird es Zeit für Runde 2. Gib dich oder du stirbst. Was meinst du damit? Du dachtest, ich würde dich nicht mehr finden. Dass du den kleinen Funken Konkurrenz für das Artefakt ausgelöscht hättest, bevor er wächst. Ich war neugierig, was du tun würdest. Und ich wurde nicht enttäuscht. Äh. Hüter Akilus schickt mich. Soll der das? Ah. Jetzt ergibt langsam alles Sinn. Komm an Bord. Es gibt noch mal ein Sternenblut, das dich gerne kennenlernen möchte. Was? Ich kann die kein... Ich kann selbst sprechen. Schiff der Constellation. Du warst nicht eingeladen, aber wir haben viel über dich gesprochen. Ist nur recht und billig, dass du auch dabei bist. Ich garantiere persönlich für deine Sicherheit, solange du in Frieden kommst. Wir lassen die Waffen rum. Das ist deine Chance, die Antworten zu erhalten, die du so dringend suchst. Äh. Na gut, ich docke an. Ich habe keinen Grund, den Sternenblütern zu vertrauen. Die Waffen führen die Sternenblüter Krieg. Und wer ist das andere Mitglied der Sternenblüter, das meine Sicherheit garantiert? Ich frage erstmal das hier. Und wer ist das andere Mitglied? Na gut, ich docke an. Äh, docke an der Scorpius an. Haben die überhaupt eine Andockstation? Druck normalisiert. Wir haben angedockt. Äh. Noch ein Levelaufstieg? Warte mal. So, ich will ja hier Anzugdesign machen und Waffentechnik. Jetzt muss ich hier nochmal zwei Punkte investieren. Äh, fügt dem Handscanner einen optionalen Zoom hinzu. Geologie. Erhöht den Grafsprungreich, weil das Sprungbildantrieb umfügt. Machen wir das. Dann können wir weiter, weiterspringen. Was? Hatte ich ihn gefragt, ob er Aurora genommen hat? So, okay, warte mal. Ach, ich muss nach oben, oder wie? Zu einem Stotzen. Ach, Sarah. Mit Sarah muss ich vorher nicht. Wir sind wie Pech und Schwefel, was? Äh. Oder? Was, was, was will jetzt Sarah? Jetzt fängt sie jetzt zu heulen. Was könnte ich mehr verlangen? Äh. Ja, diese Worte bedeuten alles. Wenn du dann bei mir bleibst, wiederhole ich sie gern jederzeit wieder. So, warte. Was ist jetzt die Aufgabe? Aktivitäten. Hohl wartende Begleiter ab. Ich habe Oberum 3 erreicht und Scorpion. Bin ich mit dem Hunter. In ihren Fußstapfen. Sarah muss jetzt also warten, oder wie? Sie darf jetzt nicht mit? Alter, okay. Also nur ich jetzt allein. Die sehen mich jetzt quasi als einen Anführer. Was kann ich für dich tun? Äh, gerade nichts. Nein, äh, alles gut. Immer mit der Ruhe. Scorpius. Alter, was? Äh, ich bin ja gerade ein bisschen sprachlos. Hallo. Mal wieder. Du erinnerst dich doch noch an die Helix, oder? Ich glaube, sie haben dich über Neon überfallen und wollten das Artefakt haben, das du nur mit Mühe beschafft hattest. Danke für die nette Vorstellungsrunde. Dein Erfolg sucht seinesgleichen. Vor deinem Eintreffen haben wir diskutiert, dass es nicht klug ist, dich angreifen zu wollen. Äh, wir wollten immer nur reden. Ihr habt uns angegriffen. Äh, sagt mir einfach, wer ihr seid. Wer die Sternblüter ist. Wir wollten immer nur reden. Ja, haben wir. Wir sind kein großes Ganzes. Die Sternenblüter sind Individuen. Manche eint die Sache. Andere verfolgen ihr eigenes Ziel. Wir verfolgen alle unser eigenes Ziel. Manche sind nur ehrlicher. Sie haben dein Schiff bedroht verlangt, dass du dein Artefakt aufgibst. Inwiefern unterscheidet sich das von meinem Tun? Wir mussten dich vorwarnen. Jede Begegnung mit uns könnte eine Katastrophe nach sich ziehen. Für wen denn? Ich sage, wer sie sammeln kann, nur zu. Äh, Mord wird dadurch auch nicht gerechtfertigt? Das stimmt. Ich habe vor, dich zu töten und eine Art Faktor zu... Wir drehen uns im Kreis. Ich will hier etwas über die Allheit erfahren. Ja, reden wir über das, was wirklich zählt. Die Allheit. Du bist auf dem Weg dorthin. Sie ist ein Ort. Ein Tor. Dort wurden wir wiedergeboren. Du gehörst wohl nicht mehr zu den ersetzbaren Dustys. Aus dir ist richtig was geworden. Äh. Barrett? Ich bin nicht mehr dieselbe Person. Dieses Universum ist nur dein erstes. Ich habe hunderte gesehen. Wo ich herkam, bist nicht du zum Auge gerannt, sondern ich. Du bist geblieben, um die Artefakte zu schützen. Der Hunter hat dich getötet. Eine Version von mir. Ich habe die übrigen Artefakte eingesammelt. Sie haben den Weg zum Zentrum meines Universums geöffnet und das Tor zu unendlich vielen weiteren. Das ist die Allheit. Als ich sie betrat, fand ich mich in den Reihen der Sternenblüter wieder. So gelange ich in andere Welten. Äh. Aber ihr beide versucht, niemanden ranzu... Ja, der Fakt kommt also aus dieser Allheit, den Tempeln? Äh. Ich... Ich bin gerade ziemlich überfordert, so. Alles ist verbunden. Ich muss diese Allheit selbst sehen. Aber ihr beide versucht, niemanden ranzulassen. Ich muss. Die Sache ist größer als wir alle. Für das Amilar und zum Öffnen des Tors zur Allheit benötigt man alle Artefakte. In jedem Universum kämpfen die Sternenblüter um sie. Unschuldige sterben. Du weißt, was dir von den Tempeln gewährte Macht verursachen kann. Die Anarchie. Jemand muss entscheiden, wer sie erhält. Der Gesamte sagt, nur die Würdigen dürfen ins Himmelreich einkehren. Du verdrehst mir die Worte. Sie sind Heuchler. Nutzen das Chaos der Jagd nach Artefakten, um eine Ordnung zu etablieren, in der sie bestimmen, wer würdig ist. Ich habe deine Loge wegen der Artefakte angegriffen. Du hast mich aufgehalten. Du bist entkommen. Das hat nichts mit Moral zu tun. Du hast nicht überlebt, weil du im Recht warst. Du hattest Glück. Du hast geschickt. Und hartnäckig. Was ich getan habe. Unzählige Male. Ich war auch mal ein Mensch. Aber ist es wichtig, wer oder was ich war, wenn die Ewigkeit zum Greifen nahe ist? Jüter Achillus? Äh. Du warst mehrere Male bei der Allheit? Was heißt das? Das heißt, dass ich tausende Universen gesehen, ihre Artefakte gesammelt, ihre Tempel besucht habe. Man kriegt ein wenig von ihrer Macht mit. Aber es geht weiter. Unmöglich. Artefakt ist ein Mann des Friedens. Du bist... Ich bin anders als du. Du meinst noch. Geh tausendmal durch die Allheit und deine Perspektive ändert sich. Ich habe Hoffnung für dich. Mehr als für die anderen der Constellation. Sie enden alle so wie unser Gegenüber hier. In keinem Universum, das ich gesehen habe, bist du so weit gekommen. Der Weg zur Allheit öffnet sich für dich. Du wirst das Zünglein an der Waage sein. Da ist es besser, wenn du auf unserer Seite bist. Ich kombiniere mit einem von euch die Artefakte. Wir betreten die Allheit. Ich helfe niemanden, der meine Freunde umdreht. Warum ihr zwei auch immer kämpft. Ich will nichts damit zu tun haben. Ich helfe niemanden, der meine Freunde umdreht. Verstehst du nicht, worum es hier geht? Dort draußen im Multiversum ist jeder deiner Freunde unendlich oft vertreten. Ein Beispiel steht genau hier. Warum wieder gegen mich kämpfen, wenn du nicht musst? Ich will einen Waffenstillstand. Unter uns dreien. Damit du Zeit hast nachzudenken, wie du dich der Allheit nähern willst. Auf meine Weise oder die des Hunters. Ja, finden wir heraus, wie dir der Gedanke gefällt, nach den Regeln anderer zu leben. Denk daran. Einer von uns verurteilt dich nicht. Äh. Alter, was? Die beiden geben mir jetzt quasi die Auswahl, also dass ich gegen die beiden hier kämpfe und mich mit den Sternblütern hier verbünde und gegen hier die Constellation, die Menschheit da, so wie ich das bisher verstanden habe. Mich gegen die Sätze. Gegen, auch gegen Sarah hier. Und unserer Ehefrau. Wir müssen das auch noch im Hinterkopf behalten. Sarah ist unsere Ehefrau. Verlangen, dass wir unsere Freunde hier verraten, töten für die Macht der Allheit und versuchen, das damit abzutun, dass im Multiversum meine Freunde endlos oft vorhanden sein können. Aber das sind dann quasi nur Versionen meiner Freunde. Mit denen habe ich keine Bindung in dem Sinne. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo im Universum also ne, ich versuche das nochmal von vorne zu zu erklären. Hier in diesem Universum also auch überlegen wir das auch mal so im realen Leben so hier in diesem Universum ich habe meine Erfahrungen mit meinen Freunden gesammelt und so weiter aber das sind dann nicht eins zu eins dieselben Erfahrungen die ich dann mit denen in einem anderen Universum gesammelt habe. Also sind das dann im Grunde zwar zwar die selbe Person aber nicht aber nicht die gleiche Person sagen wir mal so oder sehr kompliziert auf jeden Fall sagen wir mal so hier ich habe ja momentan mit der lieben Heel zu tun mit der Kami mit dem Rom und mit dem Lisp Freddy ich habe mit denen hier in diesem Universum meine eigenen Erfahrungen gesammelt. Ich komme mit denen super klar und so und in einem anderen Universum das sind das sind dann quasi eigentlich zwar als Mensch vermutlich dasselbe die Kopie davon aber die haben nicht eins zu eins das gleiche mit mir durchgemacht also mit mir jetzt persönlich die haben vielleicht mit einer anderen Variante mit mir dasselbe durchgemacht aber nicht mit mir also sind das dann auch wenn die eins zu eins aussehen und so identische Erfahrungen gesammelt haben mit einer anderen Version von mir ich werde da also ich sage auch so das hier mag sein dass das hier Barrett ist wenn das hier Barrett ist ist das aber nicht mein Barrett hier das ist nicht mein Barrett ich würde lieber mag sie gegen die Sternen nur die Kontrolle über dich haben ich weiß wir sind nicht unsere gegenstecker aus unseren Universen aber man hat dir nur in deiner Sturheit die Wahrheit gesagt vergiss das nicht so ich habe Fragen auf jeden Fall was bedeutet dir die Allheit warum tötest du für sie wer auch immer die Artefakte geschaffen und diese Tempel erbaut hat spielt mit uns und zu gewinnen gibt es den Zugang zum Zentrum aller Schöpfen es gibt keine Regeln wer die Teile findet gewinnt und ich habe gewonnen immer wieder ich töte nicht für die Allheit ich finde den leichtesten Weg zu ihr und warum hast du uns angegriffen weil ich fand dass das am schnellsten geht reden Bündnisse den richtigen Zeitpunkt für einen Diebstahl abwarten das ist alles so ermüdend ich gebe zu dass du entkommen bist war das interessanteste was in letzter Zeit passiert ist als ich gemerkt hatte was los war wusste ich dass ich auf dieses treffen hier warten musste um zu entscheiden was mit dir geschehen soll du hast mich nach deinem Angriff auf die Loge ziehen lassen warum um zu sehen was passieren würde du hast wahrscheinlich keine Ahnung wie oft ich das schon getan habe normalerweise stirbst du letzten Endes und die Person die neben deiner Leiche weint wird irgendwann der Gesandte manchmal kriege ich euch alle auf einmal und kann mich in einem Zug um das Problem kümmern manchmal erwischt mich der Gesandte zuerst und ich treffe nie ein Hunderte Variationen von mir die sich durch die Constellation hacken und fast nie bist es du dass du es auf eigene Forst zum Schiff geschafft hast ist neu das ist ein Zeichen die sind rar geworden in letzter Zeit du sagst sie stellenbüter sein heuchler warum sie betreten die allheit rauben anderen ihre artefakte mit gewalt so wie ich man kann mir vieles nach sagen aber was leute mit ihren gaben an stellen ist ihre sache da mische ich mich nicht ein sie wollen entscheiden wer die allheit betreten kann aber die allheit selbst richtet nicht und ihr habt euch meinetwegen getroffen nein um diese zeit treffen wir uns irgendwie immer aber es geht ständig um dasselbe wie wäre es mit frieden nein schade ehrlich ich habe mich langsam gefragt warum ich immer mitmache ist eine schlechte angewohnheit von vor langer zeit vielleicht bin ich einfach nur schadenfroh aber du hast uns neuen gesprächsstoff geliefert vielleicht bist du nur ein produkt des zufalls oder die allheit reagiert endlich auf meine harte arbeit okay und mit ihm kann ich auch noch mal reden mit dem falschen barrett für mich ist das jetzt der falsche barrett was passiert wenn man die allheit bettet das ist nicht einfach zu beschreiben aber die allheit wird zu dir sprechen dir die chance geben ein sternen blut zu werden du lässt dieses universum hinter dir um neu geboren zu werden alles was du vorher warst ist fort vielleicht lässt sie uns deshalb die wahl mit gefühl oder ist es ein test wer war ich in deinem universum wie war ich das ok das möchte ich aber wissen anders beim kennenlernen einer neuen version weiß ich nie wer du bist aber vieles an dir ist immer gleich es ist hart aber jedes universum ist auf seine art wertvoll in meinem wird es nie wieder dein ursprüngliches ich geben und in deinem nie wieder das meine die artefakte sollen also beschützt werden damit sie nicht missbraucht werden und was genau ist das amila die zusammengesetzten artefakte bilden eine vorrichtung namens amila sie ist in vielerlei hinsicht ein modell des multiversums selbst mit seiner hilfe kannst du die allheit erreichen und von da aus zum sternen werden ok ich habe jetzt mit beiden gequatscht lasse die scorpios haben wir jetzt noch also wir können zum stern blut werden bevor du gehst möchte ich dir etwas zeigen den weg zu einem artefakt aber auch eine lektion darin wie gefährlich sie sein können suche den mond der er birgt geheimnisse denen du selbst auf den grund gehen musst hier er öffnet den weg die sternblüter steht auf euren macht ihr selbst ein bild und sind gut ich sehe mich mal auf dem mond der mond der erde im soll system danke ich wollte immer nur antworten tut mir leid dass wir nicht immer entgegenkommt waren ich hoffe du siehst dasselbe wie ich außerdem solltest du mit den anderen mitgliedern der constellation sprechen bestimmt wissen sie mehr über die verbliebenen artefakte in den randgebieten des als ein teil von mir fragt sich was sie über das was du erfahren hast sagen aber das überlasse ich dir also warte mal ich äh kerrisch zur loge zurück zuerst zur loge oder zur erde ich weiß jetzt gerade nicht was ich tun soll hier sind wir auch jedenfalls falsch also ich bin ich bin überladen ja gut so warte mal waffen und resten ist eine orion dann pack ich den lieber weg so rucksäcke haben wir auf wieder eins von der constellation helme das muss auch alles im weg eingelagert werden sonstige ist drahspule können weg ja das war das star parcel paket also und hier gab es noch äh midi pack wieder eine millionen lebensmittel abdrucken wir sind wieder alleine ja ich lasse die erstmal in frieden dass es multiversums äh raumschiffe sind finde ich erstmal interessant aber okay äh als videospiel sagen wir so ergibt das wohl ein bisschen sinn mit dem multiversum dann ich bin nicht ich habe ich bin ich bin ich bin das ich bin ich bin die ich bin ich bin dann zuerst zur Loge. Seit mehr als einigem Jahrhundert gibt es Bericht von einem Kopfgeldjäger namens Mantis, einem Selbstjustizler, der die kriminelle Unterwelt in Angst und Schrecken versetzt. Oh, die Quest müssen wir auch noch machen, Mantis. Die müssen wir auch noch machen. Gucken wir doch bei Outland vorbei. Vielleicht hat Joe was für unser Arsenal. Ne, ich bleib hier. Wir gehen zur Loge und berichten den Leuten mal. Irgendwelche Entdeckungen gemacht wurden, während wir weg waren? Hey, ich habe mit den anderen geredet. Es wäre schön, wenn wir uns versammeln. Abschied nehmen. Du weißt schon, von Barrett. Ich komme nur hell, versprochen. Nein, ich kann nicht. Ich komme nur hell, versprochen. Danke. Ohne dich wäre es nicht das Gleiche. In ein paar Tagen wird alles bereit sein. Warte auf die Feier. Fünf UT-Tage. So, ich setze mich mal hier zu. So, wieder wie ein Chef. Und blöd. Theo hat uns von deiner Pilgerreise erzählt. Du hast sie gefunden. Die Bedeutung von Allheit. Sie ist das Zentrum eines Multiversums. Wir bauen den Weg dorthin. Draußen gibt es unendlich viele Ichs. Sie tun mir alle leid. Barrett lebt eine Version von ihm. Aus einem anderen Universum. Sie ist das Zentrum eines Multiversums. Moment. Wie war das? Ja. Mehrere Universen? Du kannst unmöglich das meinen, was ich glaube. Gehen wir einen Schritt zurück. Das ist alles, worauf wir hingearbeitet haben. Und die Folgen sind schwer zu verarbeiten. Könntest du den Teil über mehrere Universen noch einmal für alle erklären? Ja, mir wären ein paar mehr Details, ganz recht. Äh, eine Barrett-Version sagt mir, die Allheit erschaffe die Sternblüter. Sie bereisen Universen. Ich bin wohl in einem anderen Universum gestorben. Nun ist Barrett der Gesandte. Ein Sternblut. Äh, glaub mir, es gibt mehrere Universen. Die Allheit bringt uns hin. Sie macht dich zum Sternblut. Äh. Äh, eine Barrett-Version sagt mir, die Allheit erschaffe die Sternblüter. Sie bereisen Universen. Und deshalb sind die Sternblüter so hinter den Artefakten her. Sie sind die Schlüssel, um das Unendliche zu erschließen. Ich will gar nicht an die nötigen physiologischen Veränderungen denken, um zwischen den Universen zu reisen. Und was es dem Verstand zufügt? Erleuchtung? Oder Vergessenheit? Wie beim Hunter. Du hast die Chance, das, was deinem Gott am nächsten kommt, zu erreichen. Und du hinterfragst das? Ja. Er nähert sich dem Leben nach dem Tod nicht ohne eine gewisse Beklemmung. Äh, das ist unsere Mission. Und in so ein Bekannte zu gehen. Äh, denk an das, äh, was uns erwartet. Ein neues Leben. Die Kräfte der Sternblüter. Wir sollten uns alle Zeit nehmen und darüber nachdenken, was das bedeutet. Das auf jeden Fall. Du hast recht. Das ist viel zu verarbeiten. Ja. Nehmt euch alle etwas Zeit zum Verarbeiten. Es gibt endlich ein paar Antworten. Finden wir heraus, was wir damit machen sollen. Ähm, ich will ja keinen Knick ins große Märchen machen, aber ich habe das Auge repariert. Es ist blau, aber blinzelt noch. Gib Bescheid, wenn du bereit bist, das, was es gesehen hat, weiter zu verfolgen. Äh. Ja, okay. Sprich mit Wladimir. Machen wir mal. Mit seinem letzten Blick hat das Auge am äußersten Rand des bekannten Weltraums womöglich die einzigen Teile gefunden, die nicht in den Händen der Sternenblüter sehnt. Äh, danke, Vladimir. Ich sehe sie mir an. Ich bin eigentlich noch nicht bereit, nach weiteren Faktionen. Weißt du noch, als der Weltraum, äh, unser einziges Problem war? Ei. Die pechschwarze See wirkt weniger beängstigend, wenn du von Haien angesprungen wirst. Drück das Glück da draußen. So nach Freya 3 und, äh, zum Planeten, äh, Prozion 4C, okay. Sarah Maung. Hm, wie geht es dir mit unserer Ehe? Du hilfst mir dabei, meine Träume und Sehnsüchte zu verwirklichen. Mehr will ich nicht. Wenn du dann bei mir bleibst, wiederhole ich sie gern, jeder... Man vergisst, dass man an einem Ort wie der Loge hat, bis man Gefahr läuft, ihn zu verlieren. Jo, ich bin jetzt aber auch, ähm, ein bisschen verdutzt, so wegen der Sache da jetzt mit, äh, Barret. Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, was... was ich da jetzt von halten soll, weil das jetzt ein anderer Barret ist. Sagen wir mal so. Aber ich will, äh... Warte auf die Feier, Geheimnisse der Erde, würde ich machen. Weißt du, warum die Crimson fliehen überall zu klein scheint? Ne, ich bin hier... Ich will jetzt, äh, wirklich wissen, wie es weitergeht hier auf jeden Fall. Und was... was auf dem Mond der Erde da ist. Wahrscheinlich auf der dunklen Seite des Mondes, kann das sein? Ich bin immer noch ganz sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nur die Frage, äh... Wir bekommen ja die Möglichkeit, äh... glaube ich, selber ein Sternblut zu werden. Wir brauchen mehr genetische Vielfalt. So, Skillpunkt haben wir nicht. Aber jetzt... Jetzt machen wir uns auf jeden Fall auf den Weg zum Mond. Wir heben ab. Wir heben ab. Fantastische Aussicht. So, dahin. Grafantrieb fährt herunter. Systeme okay. Ah, fünf Grafantrieb. Okay. So, da muss ich hin. Zur Nova Galactic-Sternen-Station. Oder... Äh, ne, Forschungsstation. Sternen-Station ist hier im All. Alles zur Landung bereit. Korra Coe, wenn ich das nächste Mal in deinem Zimmer bin, ist es auf... Wo ist es, Captain? Okay, da nach oben. Boah, ich feiere das, dass wir auf dem Mond sind. Das ist jetzt auch schon, glaube ich, um die 50 Folgen her, wo wir das auf dem Mond gewesen sind. Vom Gefühl her, 50 Folgen. So, das haben wir alles schon gesammelt. Hier gibt es nur Eisen und... Keine Ahnung, was das andere war. Vor allem, ich merke eigentlich auch zusätzlich, ich drifte eigentlich von meinem, äh, Plan hier ab. So, was ich überhaupt auf YouTube vorhatte. Das absolute Böse zu sein und so weiter. Ich treffe viel zu viele, äh, gute oder nette Entscheidungen. So, Nova Galactic Forschungsstation. So, ja, wo ist denn der Eingang? Ah, hier. Sarah? Dann nicht. Kommt sie hinterher? Jo, sie kommt hinterher. Okay. Immerhin. Nehmen wir mal mit. Oh, hier gibt es auch wieder Chunks. Oh, hier gibt es auch wieder Chunks. Gut. Monotreibmittel. Nehmen wir mal mit. Oh, Mondbasis ist late. Okay, mal ehrlich. Als Single auf einer Mondbasis zu sein, ist ätzend. Ich darf den Kommunikationslink zur Erde nur alle paar Tage mal für ungefähr eine Stunde nutzen. Und ich meine, es gibt Fernbeziehungen und es gibt Fernbeziehungen. Verstehst du? Oh, hi. Ich bin Wissenschaftler. Mit Festanstellung. Lust auf einen Kaffee, wenn ich in sechs Monaten auf dem All zurück bin? Ach, nee. Kein so toller Spruch. Du bekommst echt kein Date? Du bist Astronaut. Ey, dich hat niemand gefragt. Schon zu Ende? Ja, gut. Wir haben jetzt auch optional, alle Slates zu finden. Hätte ich Bock drauf, hier mal alle zu finden und zu suchen. Uns alle anzuhören. Machen wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, billion